Alter, gefällt sich aber irgendwie komisch, der Jeep. Aber er ist schnell, muss ich sagen. Rasendschnell, der Kleene. Sack. So, gucken wir uns auch mal. Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs in Second Assault in Battlefield 4. Wir spielen die Caspische Grancet, beziehungsweise The Caspian Border, 2014. Und es ist Herbst geworden. Es ist Herbst geworden auf dieser Map. Die meisten von euch werden die Map natürlich nicht kennen aus Battlefield 3. Ist ja klar. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es nicht so schön, was sie jetzt draus gemacht haben. Ich bin mit dem Herbstthema einfach nicht so wirklich... Ich werde damit nicht warm. Ich finde es einfach schöner. So wie es früher war. Schönes Wetter. Nicht so bunt, nicht so trist. Wobei es ist komisch, ne? Es ist bunt, aber es hat trotzdem... Man hat trotzdem das Gefühl der Tristheit. Und schade ist, wenn jetzt hier jemand in den gegnerischen Tank einsteigt. Aber auch nicht schlecht, weil dann kann ich direkt aufballern. Und der kann nicht direkt in meine Richtung gucken. Insofern ist das nicht so wild. Ja, wie gesagt. Also Caspian Border an und für sich ganz nett, ganz schön und okay. Aber eben, wie gesagt, leider dieses Herbstthema. Ich finde, dadurch, dass eben das ganze Gras und so, so... Grau hier überall ist und nicht so braun. Nicht grau. Das ist irgendwie... Irgendwie macht es depressiv so ein bisschen. Aber gut. Was soll es? Ist nun mal so und grundsätzlich... Na... Jetzt nicht direkt hier hängenbleiben, ey. Grundsätzlich bleibt es ja eine gute Map. War in Battlefield 3 eben eine der beliebtesten Maps. Und... An der Map an sich hat sich ja jetzt auch nicht so viel geändert. Bis auf diese wunderschöne... Was ist hier los, ey? Hier geht es ja richtig ab. Bis auf diese wunderschöne Mauer, die ihr da seht. Früher war es ja nur ein Grenzstreifen. Jetzt ist es eine komplette Mauer. Und diese Mauer, habt ihr auch gesehen, da können die Türen zugemacht werden. Oder da können eben... So kleine Schranken nenne ich sie jetzt einfach mal. Ramböcke. Ne, auch nicht. Wie nennt man die Dinger denn? Ich habe keine Ahnung. Palisaden. Ich nenne sie einfach mal Palisaden, beziehungsweise Barrikaden. Lassen sich da hochfahren. Und das ist echt eine ganz nette Sache. Also das macht es ganz interessant hier. Weil dann hat man eben nur noch zwei, beziehungsweise drei Punkte, an denen man hier durch kann. Und dementsprechend ist man eigentlich mit einem Tank recht schlecht hier unterwegs. Weil man da nämlich mächtig aufs Maul bekommt. Au, das war der Mann. Fliegen, was sind denn da? Drei, wa? Sieht ganz nach drei aus. Wow. Was ist da oben? Nein, ich wollte geradeaus steigen. Da habe ich gedacht, riskiere ich es, riskiere ich es nicht. Habe ich es riskiert und bin gestorben. Verdammt. Und natürlich habe ich weiterhin Smart Money im Tank. Ist natürlich klar. Ist ja logisch. Nukem braucht Smart Money. Hallo Freunde. So, mal ein bisschen zu Fuß. Ich versuche hier ein bisschen Abwechslung mehr zu bringen. Ist ja klar. Dafür bin ich ja hier. Die sind alle tot, wie es aussieht. Hier oben ist nur noch ein Tank. Das ist der Arsch, der mich da auch gerade eben zerstört hat. Dementsprechend muss ich mich da auf jeden Fall rächen. Fuck. Fahrzeugtreffer. Nein. Wegen ist er tot. Noob. Also ich. Ne? Ist klar. Aber ich muss sagen, was mir tatsächlich bei den Maps aufgefallen ist, ist, dass es sich tatsächlich ein bisschen heimisch wieder anfühlt. Man fühlt wieder, ja, man ist wieder da quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will euch einfach mal die Map ein bisschen von oben zeigen. Deswegen steige ich hier mal kurz in den Jet. Nicht, dass ich hier was reißen könnte im Jet. Aber so sieht Caspian Border nun von oben aus. Das ist hier schön mit der, mit der Mauer quer über die Map und mit den einzelnen Punkten. Ist hier tatsächlich kein gegenwischer Jet in der Luft. Das ist ja interessant. Und dann drehen wir uns mal hier eben. Zack. So. Und dann schiebe ich meine Maus dann auch fast vom Tisch herunter. Weil ich meine Maus, ähm, ne, meine Maus, ähm, wie sagt man? Hier, Empfindlichkeit. Habe ich ein bisschen rum umgestellt. Und deswegen ist es natürlich jetzt so, dass ich, oh, das war gar nicht so geil gewendet. Aber gut. Wie ist denn nirgends jemand? Nein, ich hab wieder. So, vielleicht haben wir Glück und er zündet nix. Er zündet was, war ja klar. So, dann verpissen wir uns hier direkt mal. Bisschen auf dem Kopf, ist ja klar. Muss man ja ein bisschen zeigen, was man kann. Auch wenn man nix kann. Aber so, äh, dreht sich's einfach am schnellsten und am besten. Zumindest geht's mir so. Hier kann man aber weit rausfliegen. Mein lieber Scholli kann man hier weit rausfliegen. Das ist ja wie auf, auf, auf Paracel Storm. Es ist ein Bug. Wie schön ist das denn, ey? Wieso wurde mir da nicht angezeigt? Oder bin ich blind gewesen? Nee, da wurde mir doch nicht angezeigt, wie da... Kennst du mit C4 dem gerade hinterher? Gut. Da möchte ich dabei sein. Da möchte ich live dabei sein, wie der Mann stirbt. Komm, du schaffst es, mein Freund. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Ich werd allerdings deinen C4 zerstören. Komm schon, komm schon. Ja, ja. Schön. Nein. Jawohl. Komm, hau noch eins ran. Hau noch eins ran, du schaffst es. Ach nee, ey. Vielen Dank, mein Freund. Danke. Super. Super war das. Genauso wollte ich das. Ey, hätt ich nicht gedacht, dass eins da reicht. So, jetzt kommen wir hier eben irgendwie gucken. Wenn ich hier rüberkommen würde. Verdammt, Axie. Machen wir was anders. Gucken wir einfach mal, was wir hier so schönes machen können. Hier könnt ihr euch mal angucken, damit ich es mal eben demonstriere. Zack. Der Teil geht runter, ne, ist klar. Kann jetzt wieder jeder durch. Ich setze es wieder hoch. Jo, wenn wir wünschen, ne? Da. Seht ihr, guck. Schon fährt das Ding wieder hoch. Und der Bonk 3 RS1 hat mich getötet. Keine Ahnung, wo der herkam. Ist mir allerdings auch vollkommen egal. Wir nehmen uns den Tanks. Den Tank. Nicht den Tanks. Von Alpha. Und ich hatte ja erst gedacht, wir wären hier... Mann, hier ist es gemein. Hier kann man ordentlich Minen hinlegen, ey. Und wenn du dann die Grafikeinstellung ganz runterstellst, dann siehst du auch das ganze Gras nicht. Hast du wieder einen Vorteil. Die Leute, die viel Geld für ihren PC ausgeben, die haben einen kleinen Nachteil. Was ja ein bisschen schade ist, muss ich sagen. Cäsar? Fangen wir zu Cäsar runter? Ui, ui, ui. Die ist aber holprig. Fangen wir zu Cäsar runter. Kostet ja nichts. Vielleicht können wir sogar den Mann da überfahren, der hier gerade lang gelaufen ist. Schade, der ist schon tot. Sehr schade. Aber es ist schon interessant. Also es ist schon interessant, dass es jetzt Herbst ist. Und sieht auch ganz cool aus, so insgesamt. Aber... Es könnte eben doch... einfach freundlicher sein, das ganze Team. Natürlich sind jetzt hier wieder 50.000 Menschen um mich herum. Es ist zum Kotzen. Komm, wir punkten hier übrigens nur einen hier. Alter, ich bin doch ausgestiegen. Also mit dem Aussteigen, das üben wir nochmal, wa? So geht das nicht, ey. Mein lieber Scholli. So, und auf jeden Fall müssen wir mal das Team wechseln. Nicht das Team wechseln, sondern das Squad wechseln. Zack. Jetzt hätte ich tatsächlich fast das Team gewechselt. Äh, wir gewinnen ja jetzt doch Rechthaus hoch. Ich hatte gedacht, wir wären irgendwie... Gleich auf, beziehungsweise sogar hinten. Habe ich mich getäuscht. Kann man hier jetzt nur seit neuestem hoch? Kann das sein? Oh. Ich werde beschossen. Boah. Er ist tot. Was natürlich cool ist, ist, dass man hier durch das, ähm... Teil durchgehen kann. Soweit ich weiß. Ich habe es noch nicht versucht. Machen wir jetzt direkt mal. Durch diesen Turm. Was? Was war das? Kommt er, kommt er nicht. Er kommt nicht, wie es aussieht. Boah, wo bin ich? Alter, Vater. Fuck. Das war ja mal klein. Die warten da einfach nur alle am Rohr. Wie sie alle da rumhocken? Wie viele sind denn da oben bei der Bergspitze? Ist ja nicht zu fassen. Ey, es kann sein, dass wir es noch verlieren, ne? Es kann sogar sehr gut sein, dass wir es noch verlieren. Deswegen rase ich jetzt einfach mal... zu Bertha. Ihr habt gesehen, ne? Andere Lackierung. Alter. Gefällt sich aber irgendwie komisch, der Jeep. Aber er ist schnell, muss ich sagen. Rasend schnell, der Kleene. Sack. So, gucken wir uns auch mal, weil... Nicht ernsthaft. Gut. Versuchen wir es nochmal, uns bei Bertha umzugucken. Vielleicht wird es ja sogar was. So, zuerst haben wir jetzt wieder drei Punkte. Insofern... Boah. Kann es gut sein, dass wir da jetzt tatsächlich auch noch... Ist das ein Tank? Das ist ein Tank. La 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 la. Ist nur... War da ein Fußgänger? Das waren noch Fußgängerschüsse, die ich da gehört habe. Das klang wie Fußgänger. Das war witzig, dass ich noch immer exakt die gleichen... Kanister rumstehen. Fuck. You. Bitch. Und ich habe das Gefühl, dass... Ich irgendwie die ganze Zeit allein unterwegs bin. Gut, dann steigen wir jetzt hier mal mit einem Teammate ein. Einsteigen aus, weil... Hier war ja ein... Genau der gute Mann war da. Welcher ein Sniper war. Und der hat ja ganz gern mal C4 dabei, so einen Sniper. Will ja keiner. Steig in hier. Ups. Bin ja... Ich habe ja... Wow, 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 wow. Ein Sniper. Ein Sniper, der hier hinten auf dem Turm sitzt. Soweit ich das da richtig interpretiert habe. Hä? Hä? Alter, ey. Den habe ich jetzt ja gar nicht gesehen irgendwie. Muss mich aber erst mal... Ich komme nämlich gerade... Suck. Tank, fahr. Komm schon. Was ist so, ey? Schwimmt das Ding? Können die Tanks neuerdings schwimmen? Ich habe irgendwie das ganze Ding da oben zerschrotet, wa? Das war jetzt überraschend, ey, dass da oben nix mehr ist. Naja. Da ist nix dagegen. Solange da ein Gegner drin ist. Tot. Da war aber noch jemand. Wo kamen denn die Schuss jetzt her? Kann man von drinnen oder von draußen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Immer wieder schön, ey. Was? Ich habe doch was gezündet. Fuck you. Ey, wenn die einen Aktivschutz reinmachen, dann soll der wenigstens auch funktionieren, ey. Was für Arschlöcher, ey. Und schaut mal an, wie wir gerade verlieren. Es ist nicht zu fassen. Es ist... Wurde ich geswitcht? Ich wurde geswitcht. Es ist nicht zu... Ich glaube es nicht. Ich... Wieso werde ich geswitcht? Fuhu. Auto-Balance. Das ist doch wohl nicht... Man darf kurz vor Ende des... Kurz vor Ende der Runde darfst du nicht mehr wechseln. So. Aber man darf fröhlich rübergeschmissen werden, oder was? Vor allem, ich bin nicht der Letzte, der auf den Server gekommen ist. Es ist doch zum Kotzen. Die Letzten, die auf den Server kommen, die sollen bitte rumgeschmissen werden. Und nicht irgendjemand, der schon seit einer halben Stunde hier ist. Vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber schon eine ganze Weile. So zum Kotzen. Mann, ey. Na gut. Egal. Cool. Was haben wir denn hier denn? Aha. Ne. Moment. Er wollte ich drücken. So. Aha. Ah, guck mal. Ach, ist ja gar keine. Ich habe gedacht, das wäre eine... Eine... Äh... Sniper-Rifle, die ich hier aufgehoben habe. War das irgendwie nicht. War ich jetzt uner... War jetzt unerwartet. Naja, was soll's. Verlieren tun war ja eh nicht wahr. Ist doch schön. Wo ist mein Squad? Ich habe keinen Squad. Ätzend. Ah, da könnte ich mich drüber aufregen, Freunde. Da könnte ich mich drüber aufregen. So, Flugabwehr. Du stirbst. Gehen wir natürlich mal eben hoch hier. Kurz gucken, was hier so los ist. Falsche Seite. Fuck. Und ein Stückchen höher hier. So. Und da haben wir noch die Explosion mitbekommen. Ist doch was. So, wo können wir denn hin? Okay, das ist ein Mitspieler, der hier schießt. Wie man sieht. Feuerschutzhilfe reicht mir, ist gut. Ich sprinte jetzt zu A. Nächste Platte. Hopp. Nee. Das Ding ist tot. Du Schelme, ey. Hast du mich voll erschreckt. Das ist ein Flugabwehr, möchte ich meinen. Die auch ordentlich bearbeitet, denke ich. Oh, nein. Ja. Schön. Das war schön. Schießt ihr auf die Flugabwehr? Komm schon, die muss noch down gehen. Gut, die Flugabwehr ist down. Ich dummerweise auch. Naja, was soll's. So, haben wir mal die Caspian Border auch gesehen hier. Morgen gibt es dann natürlich entweder Operation Metro oder Operation Firestorm. Ist ja klar, wir gehen jetzt hier erstmal alles schön durch. Und dann werden wir die nächsten Wochen noch ein bisschen Second Assault hier fröhlich spielen. Denn ich finde das DLC echt cool. Ich hab Spaß dran. Nicht unbedingt, weil es die alten Maps sind, sondern einfach, weil die Maps haben so ein Feeling. Ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch kommt, dass es die alten Maps sind oder ob es einfach so ist. Ich hab einfach so ein Feeling, wenn ich auf den Maps umlaufe. Ich hab quasi die ganze Zeit einen Halbharten. Oh, ja. Ja, ist ja. Ne? Schön. Und ich war die ganze Zeit im Gewinnerteam. Ist es zu fast. Na gut. Ich wünsch euch was. Wir sehen uns morgen hier in Battlefield 4. Ich freu mich auf euch. Bis dann. Und Tschüssing.